Ja, meine Damen und Herren, es kommt, hört und staunt. Wir sehen noch ein Märchen von einem Urheil, im selben Urheil, im selben Urheil. Dort oben brauchst du gar nichts zu klopfen. Kannst du dich nicht erinnern? Und dort oben wohnen doch nur reiche Leute. Guten Abend. Guten Abend. Wir sehen uns heute in der Freizeitzeitung. Grüße Schacht. Wir schlachten Pferdchen. Das sind du, Leute. Ein Schaltes Märchen. Ach, hat zwei große Brezeln. Das Witterland, das sie für uns geschlachtet haben, zwei Hörner gehabt hat. Dann sollen euch auch zwei Wünsche freistehen. Zum Dank für all das Gute, was ihr uns getan habt. Wünsche. Nein. Das Wünsche haben wir keinen. Das Einzige, was wir uns wünschen, ist, dass wir mit dem, was wir haben, mit den paar Viechern, mit dem bisschen Acker, halbwegs wie eine Rauskammer holen. Mit dem Semmer holen wir leicht genug. Und höchstens noch. Ob leid, wenn der dröhnt lang. Mensch, die Zeit dauert so lange, wenn man warten muss. Das ist wie, wenn man ins Christkind wartet. Dann dauert die Zeit auch doppelt so lange. Ach. Die erlobenen zwei Hörner säßen wie ein Nacken. Schmuck. Kaum hatte der Bauer diesen Wunsch ausgesprochen, da saß der Feuerin zwei Hörner im Nacken. Damit waren alle vier Wünsche vorn und die beiden reichen Bauern haben nichts gewonnen. Sie sind im Anmarsch. Sie sind im Anmarsch. Sie sind im Anmarsch.